Als in Berlin die Mauer fiel, war in der Schweiz noch immer alles beim Alten. Als Polizeibeamter hatte ich den Auftrag, unser Land vor feindlichen Einflüssen zu schützen. Mein Vorgesetzter hatte erkannt, das Schauspielhaus in Zürich war von Moskau unterwandert. Was sagen Sie später Ihren Kindern? Haben Sie mal gefragt, Vater, wieso hast du nichts gemacht, das in der Schweiz angegriffen wurde? Wieso hast du das zugelassen? So wurde ich zum verdeckten Ermittler. Ist noch gut hier ohne Schnauze? Die Überwachung verlief ohne weitere Zwischenfälle. Oh shit, ich bin so ein Gestabi. Hey, mach mal die Huren, halt mal weg da! Wir wollen das mehr! Sollen Sie doch auf Moskau, wenn sie da nicht passt! Moskau einfach alt zusammen! Wir wollen deine Meinung sehr gerne hören. Vielleicht können wir ja was lernen. Über 900'000 Fischen sind damals geschrieben worden, auch von mir. Es kann nicht angehen, dass diese Mentalität, wir haben von nichts gewusst und wir haben überhaupt nichts falsch gemacht, weiter praktiziert wird. Und dann können wir ja auch noch mal wiederholen.